Recht herzlich willkommen zur 103. Folge von Aboion und wie an der Stimme schon erkennt, ich bin voll erkältet und naja, da müssen wir mal gucken, dass wir uns so da durchkämpfen. Jetzt weiß ich auch gar nicht, was wir vorhatten. Ich glaube, wir hatten letztes Mal irgendwie einen Handel betrieben, dann kam uns ein Schiff dazwischen und hat uns dann den guten Preis kaputt gemacht. Das ist halt so und jetzt können wir mal gerade gucken, dass wir das Handelssystem, aber wir haben das hier noch umgebaut. Wir sind ja nicht an einem Tor, oder? Nein. Dann sollten wir gucken, obwohl wir können trotzdem gucken, weil wir gespeichert haben, wieso der Handel hier gerade ist, damit wir das mitkriegen. Vielleicht gibt es ja eine tolle Route und es gibt auch mehrere. 22,25. Ja, das war es dann schon. Gut, das bedeutet, wir gucken mal, wo wir hinfliegen. Achso, wir sind hier über den Schlitz gesprungen, ne? Solarkraft, Raumjäger, Weltstoffhof, da gibt es Minen. Aber Turdokanelsposten. Ach, wir wollten nach hier ein bisschen gucken, was da ist. Genauso war es. Ja, dann fliegen wir doch mal hier hin. Da gibt es auch Asteroiden. Okay. Wir brauchen also erstmal das Osttor. Wo sind Türen? Da unten. Da ist es schon. Oh, stimmt, der wurde im Weg, ne? Das ist da, das Osttor. Schwierig rein zu fliegen. Wir werden gerade von der Seite kommen. Okay, nochmal die Kurve gekriegt, wa? Und hinein. Gut, haben wir es geschafft. Das andere Schiff kommt nach. Lade, 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 geladen. So, gucken wir mal hier. Nichts Besonderes. Handelsübersicht, lohnt auch nicht. Einkaufen gibt es hier nur Ressourcen, Rohstoffe. Wenn man es auch nennen möchte. Das ist nicht das, was ich will. Ich will das Tor da hinten anklicken. Kein Sektor ausgewählt, genau. Oh, jetzt fliegen wir hier durch die Asteroiden durch. Wir müssen aufpassen, dass wir nirgendwo gegen blitchen. Können wir hier unten mehr machen, oder? Vielleicht doch so? Egal. So, das nächste Osttor. Und jetzt mal ein bisschen schneller, weil da ist kein Asteroiden mehr zwischen. Und hinein. Ach, dann findet der uns wieder nicht mehr, ne? Genau so ist es. Hm. Bisschen doof, ne? Ich glaube, der war noch nicht durchs Tor, ne? Hm. Ja, müssen wir zurück. Hat keinen Sinn, weil der wird sich dann da gleich melden und piepen und... Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Hm. Da ist das Tor, aber noch kein grünes Zeichen für unser Schiff. Ja, ist so. Aber lange kann es ja eigentlich nicht mehr dauern, dass er da durchkommt, ne? Hm. Jetzt stehen wir hier. Wir können gerade das tauschen. Aber hier ist nix. Ja. Da ist er. Wunderbar. Wunderbar. Das bedeutet, wir können jetzt dann durchs Tor auffliegen. Und er wird wissen, wo wir sind. Dann ist wieder, ne, ist nicht das Ost-Tor gefragt, sondern ein Nord-Ost-Tor gefragt. Das wahrscheinlich da ist, oder? Ja. Achso, wir sollten vielleicht mal gerade gucken, ob hier irgendwie handelstechnisch was ist. Ja, weiß nicht. Hatten wir eben schon geguckt, oder? Weiß ich auch nicht mehr. Dann machen wir das wieder zurück. Und verlassen das. Und fliegen zum Tor, welches da vorne ist, weil das das Nord-Ost-Tor ist. Okay. Ja, da müssen wir wieder warten, bis der dann da durch ist, ne? Ja. Ich sehe noch nicht. Und wir sind durchs Tor. Super. Ja. Dann können wir hier das P drücken und das gerade wechseln. Ne, das war falsch. Das war richtig. Hier gibt es was zu handeln. 4000. Das ist jetzt nicht so toll. Toll. Bohrer sind das. Okay, das ist erstmal erledigt. Mach den wieder rein. Ja, und gleich wird er meckern, weil er durch das Tor ist und uns nicht mehr findet. Würde ich sagen. War ja ein kurzer Weg, ne? Eigentlich hätte er da jetzt schon durch sein können, oder? Ja, er ist immer noch in dem Sektor, ne? Aber wir können jetzt hier weiter Richtung Osten fliegen gleich. Und dann entdecken wir was Neues. Ost, Nord-Ost. Okay, das ist das dann wohl. Ja. Und der dümpelt immer noch hier rum. Okay, so pro Signale. Da kommen die Xoltern wahrscheinlich wieder. Ja, toll. 200 für hin und 200 für zurück. Und das hat uns extra gekostet, ne? Ja, da hinten ist er. Der Held. Jetzt weiß er auf jeden Fall, wo wir sind. Und wir können dann wieder da durchfliegen. Bringt uns aber auch nicht so ganz so viel, ne? Dieses hin und her kostet nur Geld, ne? Ja, was haben wir hier? Handelsbosten. Können wir mal gerade gucken, ob wir hier irgendwelche Aufgaben haben, ne? Aber ich glaube nicht. Entschuldigung. Das war nicht unser Tor, ne? Nein, das war das Nord-Tor. Ja, da sind jetzt die Herrschaften angekommen. Xoltern. Xoltern sind das? Nicht Xoltern, sondern Xoltern. Und unser Schiff ist da. Unser Ziel ist da nicht das Schiff. Und das Schiff ist auch vor uns voraus, ne? Das können wir mal gerade ein bisschen anders einstellen, hier. Ich stelle mir immer die Frage, ob die uns angreifen würden. Die sind ja da hinten, ne? Ne, das ist ein ganz anderes Schiff. Das ist gar nicht das. Das sind die Xoltern, ne? Und die kommen nicht näher, die fliegen irgendein anderes Ziel an. Nicht uns. Guck mal, da ist ein Ausführungszeichen drin. Können wir doch mal gucken, was die wollen, ne? 100 Stahl wollen hier, okay. Da ist unser Schiff, das heißt, wir können durch. Und das bedeutet auch gleichzeitig, dass wir einen neuen Bereich erkunden. Schauen wir mal, was da so hinter ist, ne? Und das gehört immer noch zur gleichen Fraktion. Hier ist was. Das ist eine Stahlfabrik, die möchte auch irgendwas. Die braucht Stahl. Und sieht ziemlich mager hier aus, ne, oder? Was ist das denn? Asteroid, okay. Sah so anders aus. Strategische Karte einmal rauszoomen. Das ist auch nichts Besonderes. Die wollten nur den Stahl, ne? Gibt es hier eine Kuh, bzw. eine Rinderfarm oder sowas, oder was auch immer ist. Fee Ranch. Das war die Stahlfabrik und hier haben wir eine Reisfarm. Und das ist unser Ziel. Gut, Karte. Ja, guck mal bei dem Blip da wahrscheinlich raus. Und davon eine Strategiekarte. Ziel ist schon anvisiert und wir können gerade noch den Dingens einbauen. Den Handelschip. Dann können wir dann gucken, aber hier gibt es auch nichts zu handeln. Stahl ist billig. Tja, Stahl. Bringt uns nix, ne? Machen wir den C43-Detektor rein. Was wird das hier? Der Schildverstärker. Und unser Nord-Nord-Ost-Tor. Oh, Torbürger bezahlt. Das bedeutet, der Kollege ist schon da. Das ist schön. Können wir ein bisschen Gas machen und da durch. Und wieder ein neuer Bereich. Jo, gibt es noch ein Tor weiter? Ne, zwei sogar. Okay. Ne Weizenfarm mit Aufgabe. Die wollen Sauerstoff haben. Oh, da hinten gibt es ein gelbes Tor. Andere Fraktion also. Die wollen Klebstoff. Mal Strategiekarte gerade. Summe mal raus. Da hat das nur einer mehr irgendwo. Da sind wir unten auch noch. Pilzfarben. Was möchte die Pilzfarben denn haben? Wasser und Pilze liefern. Wasser haben wollen. Das ist noch eine Pilzfarben. Ja, ist wohl. Hä? Ne, das kann nicht sein. Schmuckhersteller ist das okay. Die möchten Schmuck haben. Ne, geliefert sehen. Das ist auch nichts dolles. Das war der Schmuck. Das sind Pilze. Das ist der Weizen. Hatten wir schon. Und da oben ist noch was. Chemikalienfabrik. Und die wollen was? Klebstoff. Ich glaube, den haben wir dann doch schon. So, und wir brauchen dann noch ein Tor. Entweder das gelbe. Da weiß ich jetzt auch nicht so genau, was wir da machen. Nehmen wir da oder da. Aber das, wisst ihr was? Das ist entscheidend war in der nächsten Folge, würde ich sagen. Das Tor oder das Tor ist die Frage. Und unser Schiff war es auch schon da. Läuft also. Dann würde ich aber sagen, wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke fürs Zuschauen.